Es werden die verschiedensten Mythen auf der Erde über uns erzählt. Schenken Sie Ihnen keinen Glauben. Was Sie jetzt hören, ist kein Seefahrermärchen. Sie hören jetzt eine Botschaft aus der Zukunft. Fragen Sie nicht, warum wir dort sind. Die Antwort würde Ihnen den Verstand rauben. Seien Sie einfach froh, dass es uns gibt und dass wir Ihnen helfen werden, die Sache mit dem Klima in Ordnung zu bringen. Vielen Dank. Vielen Dank.